Mein Name ist Thorsten Jakob, der Firma Jakob, Heizung und Sanitär. Ich bin in der vierten Generation Handwerker und diese Firma ist 1892 von meinem Urgroßvater gegründet worden. In unserem Team sind acht Mitarbeiter. Wir arbeiten im Bereich Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Im Bereich Heizung vom Kundendienst über moderne Öl- und Gasfeuerungen, solarthermische Anlagen, Wärmepumpenanlagen, Biomassefeuerungen. Im Bereich Sanitär, auch hier von kleinen Reparaturen bis hin zur kompletten Badsanierung, alles aus einer Hand. Ich bin der Johannes Siebert, ich bin im zweiten Ausbildungsjahr bei der Firma Jakob und ich habe den Beruf gewählt, da ich mich für die Technik interessiere und da Energie auch in Zukunft ein großes Thema sein wird. Das Handwerk ist Zukunft und bietet Perspektive.